In diesem Sinne meine lieben Damen und Herren, was soll ich euch erzählen? Und jetzt machen wir eine Dating Show! Sie haben ordentlichen Händedruck! Gut, was für getan, denke ich. Glauben Sie noch an den Weihnachtsmann? Alles klar! Na gut, seid ihr bereit da drüben? Na klar! Mein Beruf ist es, Verbrechern das Leben schwer zu machen. Kandidat 1. Was hast du als letztes ausgefressen? Ja, ich bin Kandidat 1. Also wenn du mich willst, ich werde mir dir die Sterne vom Himmel holen. Ich werde mir dir überall hinreisen. Ich bin der, ich bin deine Galaxie und du bist mein Universum. Na gut, das kenne ich, das kenne ich gerade abends. Kandidat 2. Was hast du Verbotenes getan? Ja, ich bin Kandidat 2. Wenn du mich willst, meine Auserwählte. Ich bin und bleibe der Frauenversteher. Du brauchst mich nur anzuhauchen und ich weiß schon ganz genau, was du gegessen hast. Das ist alles Hörensagen. Glaubt kein Wort. Na gut. Kandidat 3. Was machte dich zum Kriminellen? Ey, yo, ich bin Kandidat Nummer 3. 3-W-W-P-G. Wenn du mich willst, mein Chicken. Ich werde mit dir richtig in die Welt reisen. Ich werde dir die Sterne zerreißen. In dein Pokerai stecken. Wir machen schon die Shakenbechen. Ich bin der Ubi, der OG. MC Vitella, Prati, Vivi noch nie. Mit mir wirst du die Welt von anderen Städten sehen. Und du weißt ganz genau, du wirst mich nicht verstehen. Ich werde dich auf meinen Füßen tragen. Und wenn dich mit Gangbang bestrafen. Ich werde dich auf meinen Füßen tragen. Ich werde dich auf meinen Füßen tragen. So, das waren drei Fragen an drei Kandidaten jeweils. Und jetzt kommt die kurze und knappe und brillante Zusammenfassung von Susi. So, liebe Claudia, wer solle nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, das leidenschaftliche Blümchen, der auf knallharte Zicken steht und nach dem Sex Nutella verdrückt? Oder Kandidat 2, der jetzt schon Feuer und Flamme isst, weil du ihm mit deinen Handschellen den roten Kopf verdreht hast? Oder Kandidat 3, der Weihnachtsmann, der Bonny das Kleid abnimmt und es neben den Feuerlöschern ins Bett legt? So, liebe Claudia, jetzt musst du dich entscheiden. Du weißt nicht einfach, das ist richtig, ja. Aber? Aber ich denke, ich nehme Kandidat 3. Ja, du bist meine Frau, du bist mein Nummer 1. Ich liebe dich so viel, du bist mein Snickers-Ambudsman. Ich schaue dich jetzt mit und werde mich dir fliehen. Du weißt ganz genau, ich bin wie ein Dauphin. Ja, all right, meine Frau. Die Frau ist so riesig, dass du Nummer 3 genommen hast. L-C-Vital, D-U-G-Pro-A-T-V-I-N-O-F-N. Mein Schick, komm mit Jack, ich bin zwar als Tier, aber das macht nix, ich bin nur ein Tier. Komm mit, baby, komm. Jingle bands, Jingle bands, Jingle all right. My hands will pass me, hug me heavy. Jingle bands, Jingle bands, Jingle bands, Jingle all right. Oh, man hat alles, you can't mind das. Hey. Digga, was hat ihr erwartet? Diese Mütten, Alter, die muss man richtig durchstellen. Oh, du magst auch mal lernen. Da ist seine Freundin. Okay. Das ist jetzt ein ernstes Thema, so auf jeden Fall, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid, in diesem Sinne meine lieben Damen und Herren, Yo, meine lieben, was geht ab, hier ist MC Vitale von Prati, ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert, like, die Stars, ihr wisst Bescheid, diese Filme muss ich ja nicht wiederholen, ansonsten könnt ihr hier drauf drücken, die Stars abonnieren und alles wird ananasmäßig cool, ihr wisst Bescheid, schönen Tag noch, bis zum nächsten Video, brav! Somebody, it is my Maserati, 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 Maserati